ah ja die stille kennt man ja die stille wird kommen wenn die frage gestellt wird das sind so windspiele cool ich will den save wir brauchen den schlüsselstein und safe da ist auch noch irgendwas guck mal da ist schlüsselstein nummer zwei ja dann nochmal zurück ich weiß jetzt halt nicht wie wir an den alten kommen sollen ich meine ins wasser werden wir höchstwahrscheinlich nicht kommen und hier ist kein kein auftrieb das ist ein bisschen ungünstig was haben wir denn hier noch ach nee moment hier hier können wir doch 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 ein bogen nein mit so viel kommen her kommen her kommen her ja komm her nein falsch falsch steuerung checken da kommen wir hierher alles klar und dann können wir hier einmal so einen kleinen rundgang machen schön entspannt runter gleiten und uns da aha heißlauch so müssen wir uns verstecken sie hütete die stille bringt verderben und verfall dort ist ja nicht so cool so warte ich bist hier ist noch mal so ein vieh aber das versteckten schlüssel stein also mitgegrappt ach ja kaum sag ich es gibt auch keine tür mit vier schlüssel stein hey guck mal eine tür mit vier schlüssel stein auch nummer vier na ja da ist sie na dann nimm mal ach ach bestimmt kommen wir an das ding da oben nur wenn wir wieder normaluri spielen ich kann ich kann nämlich glaube ich nicht absteigen gerade halten tun nicht so gut müssen wir gleich fliehen müssen wir gleich fliehen oder vielleicht kommen wir auch so ran knapp ich probiere es noch einmal ich probiere es noch einmal ein bisschen höher warte das war nix also auftrieb ja vielleicht mit ganz ganz viel lack letztes mal okay klappt doch so hier ist ein geheim ding okay die stelle ja sie hat über dich geflüstert wie mutig so unbefangen durch ihre wälder zu streifen hast die steine gesehen kalte statuen vergangener reisender sie stehen als beweis ja für tapferkeit einfach nur monolog da ist so ich brauche das tippe hier oben aha und weiter geht's halt da brauchen wir luft gesponsert von luft bringt ihr uns da noch irgendwo hoch ha 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 close golek erz ah ja schön 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 waren wirklich auch secret gebiet ich habe mich ja nicht heilen und die stelle wurde gewahrt ihr hankeu lebe erleben praktisch kann ich warte wenn ich jetzt hier an dem ja nie wann bringt mir nix wenn ich hier langsam durchgehe warte bis die babbel da ist babbel durch ja ja war das sieht halt schon schon sehr geil aus die die ganze karte was bist du aber du wirst wahrscheinlich so ein wettlauf schrein da brauchen wir aber dann auch ori ohne kuh guck mal kuh ist jetzt eine oma er wahrscheinlich nicht hier ist ein anderer anderes gebiet hier ob wir es nie ja nicht weil nicht weil nicht weil doch fallen erwarte kann ich hier den flügel hoch ja ich will echt keine konfrontation mit dem oh gott anderm vieh ok rippstatue oh ne nicht schon wieder der weg heim so nah und doch so fern haben wir wieder so ein versteck spiel gab es ja auch im ersten teil dann nach dem nach dem zweiten boss ne nach dem zweiten boss ne hier ist einfach nur baum wir sind voll in der falschen richtung ne da ist wenn so jetzt jetzt so richtig morsches holz so knackst ok oh hey windspiele ach hey mach ich auch immer beim essen einfach random ich will da hinschießen aber ich habe angst aber naja guck mal nach der hinten er ist abgelenkt oder ist zumindest woanders ah ne 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 bleib mal weg du oh er hört auf mich schön und schnellreisepunkt an dem wir nicht schnellreisen können danke spiel ah verdammt ok ich habe das gefühl das wird tatsächlich zu einer zweiten flucht kommt links oder rechts links oder rechts links ist wahrscheinlich eine sackgasse nee rechts ist eine sackgasse jetzt gehen wir quasi den rundgang wieder zurück oder was hat es doch keinen sinn oder was haben wir hier nee hä nee hier hier geht es safe weiter also hier hat er gerade gesnackt hier war genau mein lieblings baum oh wie 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 ist das gummi oder was oder sind wir einfach nur fett ja der bricht ja gleich aber es war was bringt denn der baum ja toll wir können in eine richt ach du mich auch baum du mich auch ja dann nochmal den ganzen weg und wir gehen einfach nach rechts weiter wurde überzeugt von blödem baum und gelandet alles klar an welchem ort kommen wir denn jetzt schon wieder oh unsere unsere feder oh unsere feder guten tag ach nee nee kuh oh er schmeißt es auch noch so voll so wie so ein schmeißdick weg ja man kuh mach deinen special angriff genau verletzter flügelschlag hat die stärke von taubsty level 3 ja mach windstoß äh sandwirbel senk seine genauigkeit sehr gut sehr gut taubsty sehr gut ja das war ein schön kurzes zusammentreffen und dabei bleibt es auch aber wir können wir können nicht springen wir sind zu deprimiert zum springen weil wir Kuro schon wieder verloren haben und die feder die wir auch gerade noch gefunden haben können wir jetzt schon ah jetzt können wir wieder springen gut das war eine kurze der depression ach komm hier hier sind so viele tote bäume hier wird es doch bestimmt gleich einen fähigkeitsbaum geben ganz bestimmt und dann kriege ich die fähigkeit zum instant eulen morden das ist wieder so eine cutscene stelle oh sammentreff nummer zwei aber er sieht nicht so ganz fit aus taubst hier den kampf verloren taubst hier den kampf verloren richtig richtig gut ich möchte jetzt nicht respektlos unseres toten kameraden sein aber wir könnten doch jetzt seine feder nehmen und damit rumgleiten das wäre bestimmt in seinem sinne das wäre bestimmt in seinem sinne ja hätte ich nicht bei der trauerfall sagen müssen ihr merkt schon war ein stimmungskiller oh komm jetzt unser op licht das wiederbleiben kann oh boy oder es bringt einfach nur alle pflanzen zu beleuchten auch gut radioaktivität lässt grüßen ich kann nicht mehr zurücklaufen ich kann nur zurückgucken alles klar joo wie viele von den mokis haben denn hier im ödland über achso wir sind wir sind wieder raus das mit deiner freundin rührt mich die stimme des waldes hat alles getan was sie konnte aber ihr licht war zu schwach zu viele fielen dieser finsteren zeit zum opfer vor allem die kleinsten unter uns was willst du damit sagen dass ich schwach bin oder was ich zeig's dir riesen dem eulen mutanten da oh boy ist das die quelle aller erfahrungspunkte mit dem ende der weide zerbarst das licht in splitter die geister gegen zugrunde und unser land fiel dem verfall zum opfer die lichtfragmente wurden verstreut geschwächt sind kaum noch irrlichter wenn nichts geschieht wird der licht für immer verblassen das ist nur eine frage der zeit doch mit der hilfe der moki konnte ich die orte ausmachen wo sie gelandet sind oh boy fetch quest die erinnerung des waldes gefangen in der klirrenden kälte des mörden im nord die augen verloren in der dunkelheit im süden die kraft versunken im wasser im westen das herz vergraben unter den dünen im osten und die stimme an deiner seite alleine sind sie schwach aber zusammen wenn es etwas gibt das den angerichteten schaden reparieren kann dann ist es der wille der fast lichter oder so ich kann mich nicht länger in meiner höhle verstecken ich werde mich der suche anschließen lebe wohl die moki und ich werde dich mit all unserer macht unterstützen jo dicker ich wette nen fünfer dass ich trotzdem alle fünf lichter sammeln muss also alleine ne nimm dies uri dann kommst du sicher weiter die haben tatsächlich die feder vom toten kuh genommen oder so was wir bleiben hier und geben auf irgendwas acht ah ne das ist noch kurus feder das ist super dass wir die immer wieder bekommen naja wir können wieder gleiten cool haben wir jetzt so quasi stiller wald ach guck mal da den hintergrund haben wir trotzdem nicht freigeschalten naja das spiel ist schon groß ah ah also da haben wir das oerlicht im osten das schimmelfest hier ist auch ein oerlicht da ist ein oerlicht und hier drüben ist noch ein oerlicht okay da ist ein baum wir haben die gleitfähigkeit ich weiß nicht wie viele fähigkeiten es insgesamt im spiel gibt und sonst irgendwo noch ein stammbaum mit dem flügel könnten wir jetzt da das das oerlicht holen okay Norden, Süden, Osten oder Westen welche richtung nehmen wir zuerst ein Osten Osten ist glaube ich am längsten Süden geht glaube ich von hier aus weiter oder ist doch das im Süden Befreier ist so dass das Land wieder klar sieht Winter ist so dass das Herz des Lands erneut zu schlagen beginnt Befreier ist so dass das Land auch die Frühlingswärme spürt und es gibt dem Land seine Kraft ich glaube sogar das im Westen wäre eigentlich am geschicktesten jetzt zu holen weil hier ist auch noch der Stammbaum dann will ich hier zum Geisterportal eigentlich